Nach Bekanntwerden eines positiven Corona-Falls, eines Service-Mitarbeiters, in der zu Beginn der Pandemie schon in die Schlagzeilen geratenen Ischkler Bar Kitzloch, hat das Land Tirol vorsichtig und sicherheitshalber einen öffentlichen Aufruf gestartet. Personen, die sich zwischen 23. und 24. Dezember ebenfalls dort aufhielten, wurden, wie in diesen Fällen üblich, gebeten, vorsorglich einen PCR-Test durchzuführen. Zudem sollten diese Personen für 14 Tage auf ihren Gesundheitszustand achten und vorsorglich verstärkt Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen beachten, wie Abstand halten, FFP2-Maske tragen und Menschenansammlungen meiden. Die betroffene Person verspürte laut Land seit dem 25. Dezember Symptome und hatte zuletzt am 24. Dezember 2021 im Lokal gearbeitet. Nach den aktuellen Covid-Bestimmungen darf aktuell kein Barbetrieb durchgeführt werden. Zudem dürfen Speisen und Getränke nur an zugewiesenen Sitzplätzen eingenommen werden, wird betont. Für das Personal gelte das verpflichtende Tragen einer FFP2-Maske, so wie ein 3G-Nachweis. Für Gäste gilt er ein 2G-Nachweis. Außerhalb des Sitzplatzes ist auch von Gästen eine FFP2-Maske zu tragen. Die Gesundheitsbehörde führt laut Land in Abstimmung mit der Polizei Erhebungen an Ort und Stelle hinsichtlich der Registrierungslisten der Gäste durch, um allenfalls auch alle betroffenen Gäste direkt informieren zu können, wie es heißt. Um aber keine unnötige Zeit zu verlieren und schnellstmöglich zu handeln, sei der öffentliche Aufruf erfolgt. Das Kitzloch war zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 mitsamt Ischgl International in die Schlagzeilen geraten. Am 7. März war ein Testergebnis des Barkeepers der Apres-Ski-Bar positiv. Die Mitarbeiter des Kitzloch wurden folglich isoliert und das Lokal vorübergehend gesperrt. Am 8. März wurde dann öffentlich, dass zuvor erkrankte Isländer im Kitzloch waren. Am 9. März wurde das Lokal Kitzloch schließlich behördlich gesperrt.